hallo und willkommen zu lonestar wir spielen larry 2 ja die 2 hat es mir angetan nicht nur bei unity of command auch beim larry ja wir wissen gerade nicht so was wir tun sollen kann man rausschauen der arme vogel tut mir jetzt noch leid fenster geht nicht auf kabinett geht nicht auf aquarium wieso kann man da kein wasser rausholen schade dachte der kann kleinen freund bekommen die steht den ganzen tag da vor ihrem tisch auch nichts zu tun die gute frau wir haben so ein bisschen das problem dass wir grad das raft müssen wir irgendwie wieder besorgen und wir müssen bobby helfen dass sie die bloggerin los wird das müssen wir eigentlich gut hinbekommen weil becky hat ja schon unangenehme erfahrung mit uns gemacht i hope i don't accidentally swallow these i have to stay wide awake hmm not my fetich by the way something you should know that lemon doesn't trust you i tell you they're after me so i'm going now but none of us are real ja 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 das haben wir schon gesprochen also was müssen wir denn eigentlich zusammenbauen nein it needs some orange flavor while i am curious about how intense the orange taste is no i'm not gonna lick that okay haben wir schon mal of course it definitely has to have alcohol in it vodka a proper cocktail has to shine on its own tja was meint er denn damit a proper cocktail has to shine on its own weiss so viel brauchen wir haben wir gar keine da haben wir einen schein and it needs some green liquid in it it looks pretty bent but it's still glowing hmmm irgendwas grünes hmmm pinkelbecher ja das wissen wir noch nicht muss man mit becky mal reden die tipps können wir ja nicht klauen sehen wir hier noch was nee shawnee ja ja da haben wir also nix was die uns sagen kann how did you rate the hotel on golf only two out of five stars why the pool water is ugh it's filthy and stinks i can't lounge in the water if they can't even see my body it should be tropical blue and smell fresh and the buffet is disgusting full of meat and stuff i need organic vegan food that keeps me balanced what will my community think if they see me eating dead animals and the bar has water and non-alcoholic whiskey oh how am i supposed to take a selfie with one of those i look like some kind of caveman i need a super colorful impressive cocktail one that's totally selfie suitable i mean i'd give another star just for that otherwise my authenticity as influencer would be ruined ja da hat sie völlig recht machen wir den pool doch mal blau oh ich dachte wir können den pool blau färben die ente haben wir da rausgezogen es hilft uns also nix können wir da vielleicht das gift abnehmen nee so bekommen wir das gift wohl nicht raus können wir sie da reinbeißen lassen nein okay also am schluss müssen wir einfach alles wieder ausprobieren wenn wir nicht weiter wissen okay das hilft uns mal nicht wir brauchen den cocktail für sie das hilft mir nix ich kann es nicht öffnen mit dem ich kann es nicht öffnen okay der schlüssel passt nicht okay beim beach müssen die sein hey i'm right here i'm still right here are you deaf or am i will you stop that i'm just gonna ignore that now i can't even hear that anymore go for it ich finde es lustig dass sie da so viele versionen vertont haben oh vielleicht können wir an dieser stelle doch wieder umkommen haha i was only kidding about the cannibals but would you stop it already would you like to take the bell with you or what ja i could hit you in the head with that if it would help that sounds really good doesn't it you already have a ding-a-ling that's it i'm not listening anymore that's it i'm not listening anymore okay jetzt sind wir doch he he i don't think i can get a key just like that hmm okay hier können wir irgendwas auspressen eine schlange vielleicht there's a lot of juice in this snake but this way it would all end up on the ground also the f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f.让et Äh, ja, okay, damit haben wir wieder eine Zuzahrt wohl bekommen. Arian. Vielleicht noch einen Becher. So, wie können wir das Essen austauschen? Das stimmt, aber trotzdem. So, was haben wir denn noch? Ein Eul's Bild? Wie kommt er denn da eigentlich rein ins Bild? Er steht jetzt im... oder was? Eul's Bild? Das liegt so slicker. Können wir den Glowstick öffnen? Ja, da will ich noch nicht dran rumfummeln. Obwohl Larry das ja gerne macht. Äh, weil ich noch gar keine Ahnung habe, was ich eigentlich tun soll. Ich komme mit dem Small-Fan. Ah ja, ich brauche den Fan also wohl. Den Ventilator. Aber ich wüsste nicht, warum. Wieso nicht? I wish I hadn't tossed my coin. Ah, hier ist offen. Ich komme hier irgendwie wieder auf die andere Seite. Lustige Musik haben sie da. Was können wir da mit da machen? Mit dem G? Habe ich das schon ausprobiert? G. Tja. Ich weiß nicht. Schauen wir mal dahinter. To the Ocean. Ah, das ist Raft. Das ist junk, und es wird recycelt. Mein Raft. Mein beloved Raft. Sie will das recyceln, sowas. All diese modernen Folding-Computers. Ein Welt-Flag. Wie unpatriotisch. Ich brauche das nicht. Ich weiß, welcher Planet ich bin. Es scheint nicht immer so. Hey. Sechs-Pack-Ring. Presumably kann man Bier. Damit kann man Fische fangen. Oh! Du willst das richtig auspielen. Ja, das ist auch der Plan. Ich weiß noch nicht was, aber wir machen es. Emma. Ich weiß noch nicht was, dass du eine Beanie in dieser Zeit hast. Hi. Ich bin Larry. Larry Laffer. Hi, ich bin Emma. Laufelig. Danke. Du bist ein Messer? Was? Well, weil du nicht sehen kannst, dass du nichts rauskriegst. All du musst tun ist, ist es in den Osten und es rauskriegst. Praktisch. Du versuchst mich? Hm. Guys with leisure suits, guys with enormous charm, guys who did everything right in the 80s. Guys with enormous charm, guys with big money, those capitalists exploiting the planet. I hate them. They always have more money than me. What did you do to my raft? Your what? There, in that net. Wait, you threw that piece of junk in the water? That's not junk. That's outstanding engineering. I already complained to Governor Marley about that. She wanted to find the culprit and hit him with a heavy fine. So it was you. Don't worry, she already found me. And man, did she find me. Ja, was macht sie denn da überhaupt? What are you doing here anyway? I am an environmental activist. Wherever nature gets polluted, I am there to save it. And that just coincidentally happens to be the nature on a tropical island? You see the kind of junk people throw in the water here? Stop calling my beautiful raft a piece of junk. Never! How'd you find my raft so quickly? I've placed sensors all over Kalua. Water temperature, wind, pH values, solar radiation. I can monitor everything here from my control center in real time. Plus, I've set up a few cameras on the island. Sounds like you don't miss much. I never sleep. I comb the beach with a metal detector. The things I find there? Some people even just bury their old consumer electronics. What monsters! 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 So, then fragen wir mal nach dem Schlüssel. You didn't by any chance find a key somewhere near the hotel, did you? Yes, I have. How exactly? On one of my patrols with the metal detector. I was going to take it back to the governor. Oh, I can do that for you. I'm going back to the hotel anyway. That would be great. Here. Thank you. To have a new chance seen a pretty blonde anywhere? I tried to avoid... people as much as possible. I tried to avoid people as much as possible. Her name is Faith. Ring any bells? No. Hat sie den falschen Text gesagt. Now give me back my raft. Not a chance. I will not allow this raft to deface these beautiful waters again. I can actually hear the quotation marks. I want to report some serious pollution. What? Where? Some monster poured oil on the water at the hotel. My sensors already told me that. And why are you still here? The oil spill is annoying, but it isn't big enough to be dangerous to wildlife. Fortunately, birds are intelligent enough to avoid the spill on their own. So you're not going to do anything about the oil? As long as it doesn't endanger any animals, I'll rate it a priority level. Three. First thing I have to do today is to sort this junk out for recycling. That's still my wrath. Also um sie loszuwerden, müssen wir ein armes Tier finden und dann den Ölfleck reinschmeißen. There's a guy driving around in an SUV on the other side of the island. Well, I can't save the whole world. Right now I'm only taking care of this part of the island. That's a double standard. No, it's pragmatism. Someone at the hotel has a plastic bag. That is a structural problem in our society, and the government has to step up to the plate. So now it's suddenly the government's responsibility. That's what I said. Yeah, also den Ölfleck gefährlicher machen. See you. Ja, und? Hat uns das schon mal gestört? Jetzt haben wir doch mehrere Schlüssel hier. Haha. So. Hey, ist ja doch nicht so... Da ist noch irgendwas. Magnet. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll. Kann aber nicht schaden. Es ist stark genug, um kleine Metallobjekte zu enttäuschen. Gibt es da mehrere Wege im Jungle? Ah, ja. Ah, hier geht eine Schlange hoch. Das ist cool gemacht. Was macht denn da ein... Hahn oben? Und hier sind, ähm, Dengeneier, Schnabeltier-Eier. Oh. Doesn't look very sturdy, and... Ugh. Definitely not odor-controlled. Thanks, I've seen enough of those. Hello? Occupied. I gotta go, it's urgent. Are you a monster? I'm just a Larry. You sound like one, too. Ah, are you gonna be out soon? I'm still outside. The year is 2020 A.D. Alas, the skies are green with plutonium. Interest rates are doubling annually. The world has become weird and bizarre. Look, down there, the island. I'm up here with the birds. Hmm. Birds. Cheerio. What's your problem? I don't have a problem. I can stop whenever I want. Are you sure? At any rate, I can't leave until the monster's gone. My train, Hahn. What does a monster look like? It's big and round and yellow and has a huge mouth that opens and closes really fast and it's always going waka 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 waka. Are you sure you're okay? Who are you anyway? Clyde, don't tell my brother I'm here. Otherwise you'll want the pills back. Who's your brother? Kep, the bellhop. He's a jerk. You're secret safe with me. Then I'll stop bothering you. You sound pretty far gone already. Hmm. Können wir dir ein paar Drogen geben? Hmm. Not my fetish. So, was haben wir denn hier alles? Ocean Airfresheners. Hmm. They don't stand a chance here. I really don't want to look too close. Tja. That's a pretty big hole. Yeah, I could put something in there. I'm not going to. Ähm. Ich will auch gar nicht wissen was. They smell pretty intense. Vielleicht wieder eine Zutat. That's out of my reach. That's fine. Just the way it is. A natural jacuzzi. Huh. More like a natural cooking pot. I can't reach the stairs because the hot spring is blocking the way. Das Lied ist auch sehr interessant mit den Geräuschen, die eingebaut sind. Heißes Wasser. The hot water would probably melt the cup. Ja, da fällt mir jetzt wenig ein. Ah, hier ist noch irgendwas. Was hat's damit auf sich? Better not. Da müssen wir irgendwas machen. Weiß aber noch nicht was. Ich komme gerade auf keine Idee. Ah, okay. Blaue Farbe zum Beispiel. Ah, okay. Ich glaube, die beiden Wege gehen zurück. Ja. Also beim G, das bringt uns nichts. Wir wollten doch eigentlich in das Zimmer von Faith. Äh, yes, yes. Bobby told me to ask you if I could go into Faith's room. Faith, which one is she? Have you seen a woman named Faith around here? Huh? Well, who's that supposed to be? Hmm, das haben wir schon mal gesagt. A beautiful woman. That doesn't really help me now either. Can you describe her in a little more detail? Sure. So, eh, she... She's tall and slender. She's tall and slender and... Okay. Her eyes are... Oh. Hehehehehehehehehehe. Blue. Hmm. Her hair is... Long and blonde. Let me think. What was she wearing? Hmm. Haha, latex party suit. A latex party suit. Well, the way you describe her. Nope, doesn't ring any bell, sorry. What? You didn't describe her properly either, Larry. You really should have known that. I think that's asking a bit much of me. I still know what she looked like. That's not fair. You have a camera. Yeah. Yeah. Müssen wir das echt nachschauen? I want to know something about you. on the island. To be perfectly honest, I don't really remember. I was a waiter on a cruise ship. It ran into a storm. I just wanted to go out for a quick smoke. Then everything got wet and I woke up on this beach. Luckily Bobby was looking for a new bellhop. What happened to the last one? Oh, I reckon that tribe of cannibals got him. Cannibals? Not funny at all. Not enough about you. I'll just be gone now. Ja, hat sie denn ein Bild von Faith? Ja. Hi? Yes? So, what does Faith look like again? You've been chasing her for ages and now you can't remember what she looks like? Well, technically, we haven't spent that much time together. But she's totally into you. Of course. So, she's tall and slender, has blue eyes, short blonde hair, and wears a purple dress. Purple dress. That sounds about right. That's exactly right. Uh, yes, yes. Have you seen a woman named Faith around here? Huh? Well, who's that supposed to be? A beautiful woman. That doesn't really help me now either. Can you describe her in a little more detail? Sure. So, uh, she... She's tall and slender and... Okay. Her eyes are... Blue. Das hatten wir schon. Blue. Hmm. Her hair is... Hier gab's noch... Short and blonde. Short and blonde? Let me think. What was she wearing? Hmm... Ich glaube, das war vorhin gar nicht zum Auswählen. A tight purple dress. Well, the way you describe her. Oh, right. I remember her. Where is she? She was totally confused. She just up and disappeared. And you have no idea what happened to her. Nope. Honestly. No idea. A lot of people just disappear around here. Okay. Das hat mir jetzt ja gar nicht geholfen. Can you tell me more about those... I mean, that's... I don't know much, just that they're all... You better ask Bobby. Das wollte ich nicht wissen. Wollten den Raum haben? Den Raum? Sure. I mean, seeing how you know this face check so well. Sure thing. Then go ahead. I'm sure it's okay. I think so too. Room 404. The elevator will take you up there. Thanks. I'll just be going now. Dann fahren wir doch nochmal schnell hoch. Habe ich eigentlich irgendwo ein Zimmer? Uh, nice. Was für ein total... Ach. Ja, ich weiß auch nicht. Was für ein schrecklich eingerichtetes Zimmer. Hahaha. Ja. Und überall ist dreckig hier und da geht Obst kaputt. Eieieiei. Ja, den Raum untersuchen wir jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle doch lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. ... .... Untertitelung des ZDF, 2020